Es ist total klasse ein Pferd anzumalen und einfach den Kontakt zum Pferd und danach so ein tolles Kunstwerk zu haben. Das Pferd liebt das Painting, die Aufmerksamkeit, die Berührung, einfach, die finden das total gut und ich finde jetzt nicht, dass die unbedingt unglücklich aussieht. Also es ist ein ganz tolles Pferd, kannte ich vorher auch nicht und sie hat alles mitgemacht, hat mich alles machen lassen. Wenn sie läuft, das sieht hammermäßig aus und das ganze Kostüm, was wir gleich noch haben, ich glaube das wird unglaublich cool werden. Also ich repräsentiere heute Jon Snow von Game of Thrones, einfach weil es meine Lieblingsserie ist und mein Pferd ist als Drache verkleidet und so hoffen wir heute den Sieg zu holen. Mein Puls ist schon ziemlich hoch, weil einfach das eine ganz neue Atmosphäre ist für mich und auch besonders für das Pferd. Mein Pferd ist halt erst acht Jahre alt und kennt solche Situationen noch nicht gut, aber ich bin ziemlich zuversichtlich, dass das heute reibungslos vonstatten geht. Also auf jeden Fall wird das ganz wild, also ich stelle mir eine richtig gute Show vor und ja, let's go! Also sportlich gesehen und so war das eigentlich eine absolute Nullquote. 3, 2, 1, jetzt! Wird schon jetzt was raus, oder? Mehr als eben! Pass auf! 105,2! 10, 2, 2, 1, 10, 1, 10, 2, 1. 10, 1, auch mehr als untenirdow. Vielen Dank.